Jeff Starkmann, guten Abend. Nein, es geht ja um die Verifizierung der Identität, Atomfurt, Ausweisverifizierung. Was ist das hier? Okay, reiß mal was jetzt. Führerschein wird aber nicht akzeptiert bei einigen. 2.500 Mal, ich bitte darum. 20 Mal. Jetzt sind wir zum fünften Mal im letzten Rad. 2.500 Mal. Unglaublich. Es scheint... Also, vielleicht ist es wirklich nicht so schwer, wenn du im letzten Rat bist, den Kram zu treffen. Vielleicht ist es wirklich nicht so schwer. Zumindest habe ich diesen Eindruck vermittelt bekommen. Wow. Also, ich habe definitiv nicht so viel Geld verloren bei dem Spiel, wie er jetzt gezahlt hat. Ja, wollen wir es gambeln? Fünfmal waren wir im letzten Rat drinnen.